Richtfest ist am Freitagnachmittag am Erweiterungsbau des Medizinischen Versorgungszentrums in der Hermannstraße in Hoyerswerda gefeiert worden. Seit Anfang des Jahres wird das ehemalige Vereinshaus umgebaut und ist um eine Etage aufgestockt worden. Ab etwa dem zweiten Quartal 2017 ist der Bezug der neuen Räumlichkeiten vorgesehen. Drei Allgemeinärzte, eine Kinderärztin sowie weitere Augenärzte, die komplette Verwaltung und eine Cafeteria sollen dort untergebracht werden. Im bisherigen Augen-MVZ ist geplant, den gewonnenen Platz für eine bessere Patientenversorgung zu nutzen. Auch eine Erweiterung auf kosmetische Eingriffe ist vorgesehen, die dann weitere Behandlungsräume benötigt. In den Erweiterungsbau werden 2,4 Millionen Euro investiert. Im Augen-MVZ werden aktuell 200 bis 300 Patienten täglich von sieben Ärzten versorgt.